Hey, 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 willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play TTT auf der Map Resident Evil 2. Ich bin mal heute mit ein paar Leuten mehr unterwegs hier mit dem Kyss, Atta, Kyssgold, Flaik, Lashponti, Itzmonats, Lapo, Munchkin, Nemko, Ruby, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, hoffentlich, Sheera, Steve und ich. Und ich wünsche euch viel Spaß, guten Tag und ich wünsche euch viel Spaß bei der Runde TTT. Mahlzeit. Hallo. Hallo. Warum finde ich keine Waffe? Splex hat geschossen. Du machst doch die Waffen einer Frau, das seht doch schon. Nein, ich weiß noch nicht. Oh, ich habe getroffen. Waffe, eine Waffe, eine Waffe, yeah. Ich bin ein Anfass für Spiele. Ne, nicht da anpassen. Also, Splex und Itz ... Irgendwie. Wer schießt denn da? Splex schießt, wie wild. Warum? Was wird das? Jetzt hör auf mit dem ... Wenn ich dich für den Blinettig aus der erste, der gefressen wird. Aber Chris und Flaik will ich schon wieder schlägen. Warte, ich gebe dir meine Waffe. Ich habe einfach eine Waffe. Ich habe nur eine Bisse. Au. Bitte. Jetzt schießt mich aber nicht. Nienchen, nicht, dass du wieder eine Lachflash kriegst du. Hör auf. Du machst mir Angst. Geh weg von mir. Ja, du mir auch. Geh du weg von mir. Ja, okay. Frag Nienchen, sie hat es gesehen. Durch. Ich will gar nicht wissen, was sie gesehen hat. Alter, Flaik. Du hast ja schon wieder eine Schrotz in der Hand. Ich trau dir überhaupt gar nicht. Du aber nicht. Du gehst durch die eine Tür, ich gehe durch die andere Tür. Okay. Was machst du dann? Mach doch mal, kann die Tür vielleicht kaputt machen, aber du gehst auch nicht auf. Alter, gibt es hier noch andere Waffen? Oh nein. Wenn du jetzt auch noch fragen würdest, Alter, Frag Nienchen, sie hat es gesehen. Ja. Täter Willkür, Chris ist unterwegs. Eben wo gibt es Schießen? Was? Schießen? Lungko wurde geschossen. Splex hat schon wieder geschossen. Munchkin? Ja, vorhin eine Waffe. Warum bist du gerade angeschossen? Für die Auffassung, sollte ich da nicht die Special geben. Da hätte ich jetzt auch gesagt. Mit wem hast du gekämpft? Und warum ist Stevie verletzt? Frag Nienchen. Warum sind alle verletzt? Warum sind alle verletzt? Ja. Also ich nicht. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Aber alle anderen. Ich bin nicht hört. Soll ich mal dafür sorgen? Ich bin Healed. Dass du verletzt bist. Ach, das ist ein Zombie. Soll es mit der Silence schaffen, nicht so auf dem Roll auf dem Schirm. Wer ballert da unten rum? Was? Mach ich gar nicht. Na da oben wurde die Traitor getötet. Dann schieß mal auf die Wand. Oben wurde geschossen. Ja, sag ich doch, die Silence. Oben ist einer tot. Das ist eine ähnliche Szene. Hier ist ein toter Täter. Täter, überleb mal deinen Kollegen wieder. Hier ist ein Traitor tot. Ich sterbe wirklich wahrscheinlich gleich, weil sie es doch war. Oh, das ist ein wenig. Splikes gefunden. Boah. Up over Traitor. Ha! Totenstille. Kann es eigentlich sein, dass wir Totenstille haben bei 13 Leuten? Doch. Echt, das kann sie sein. Ich meine aber halt. Das ist besser, als wenn alle bloß ineinander reden. Bleddick, reden wir uns inzwischen. Bleddick, reden wir uns inzwischen. Bleddick, reden wir uns inzwischen. Oh! 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 Hey! Sorry, sorry. Warte, warte. Ich mach das mal. Ich identifiziere und die knall mich ab. Das bist du dabei. Das ist doch ganz normal. Ich hab ja Angst mit den Lady Detectives. Das ist nicht normal. Ich geh woanders hin. Lady Glau. Glau. Die knall mich ab. So. Einfach nur, weil ich da bin. Ja. Das ist unhöflich. Nein. Ich hab Chris wiederbelebt. Und ehrlich, wir sehen mich jetzt mal als Proven an, weil ich hätte ja euch abknallen können. Ja. Siehste. Und ich hab ja auch so einen grünen, grünen Schriftzug. Also da lebt ein Sponti und da lebt eine Shira. Und Atta noch. Und die laufen gemeinsam rum. Ja. Sponti ist. Und Shira auch wahrscheinlich dann. Ja. Shira hat nicht auf ihn geschossen. Sponti und Shira sind KOS. Alles klar. Ja. Und Sponti hat nen Dead Ringer. Hey. Nicht auf. Ich hab's geschafft. Nicht geschafft. Oh mein Gott. Da war so ein Zwei. Nein. Hähnchen, komm zurück. Nein. Ich... Wir waren raus. Nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Doch. Müssen wir eliminieren. Nicht von da. Nicht von da. Gibt doch bestimmt noch nen anderen Weg. Sneaky hinten rum oder so. Sponti ich richtig doch. Irgendwo bist du in der Nähe. Nein. Shit. Mich vertrau dir Shira! Sorry. Das ist nur mein Job. Achso ist das. Sorry. Wo seid ihr denn? Jetzt bin ich denn jetzt hier alleine. Nein. Nein! Nein! Wir haben hier nicht so neuer. Dann machst du zwei Traitor. Dann machst du als INNO zwei Traitor und hast nicht mehr wiederbelebt. Aber ich habe schön Sponti gerufen und das hat mir keiner gehört. Hat auch keiner. Apropos wiederbelebt, ne? Ey, wenn ich schon defika auf, dann benutzt ihr noch, wenn ihr an der Freilauf. Was meinst? Du hast nichts gesagt und dann hab ich einfach über den Haufen gerotzt. Ich hab die anderen Leichen nicht gesehen, ich hab gesehen, dass du irgendwelche Leute tötest. Oh mann. Deswegen hab ich minus 7 Punkte. Geil. Ich sag ja, ich hab zwei Traderinos. Jetzt können wir endlich mal... Alle vor Flike sein. Genießt es. Ja, kommt nicht auf genug vor. Aua! Aua! Ich hätte nichts gegen meine... noch mal richtigen Waffe. Ja, ich könnte eine Waffe gebrauchen. Ja, aber ganz weit weg schonmal. Das ist vorsorglich. Ja, weil du keinen Doppel bist. Okay. Au. Ich bin der Runde jetzt der korrupte Bulle. Ich bin der korrupte Bulle. Das heißt, wer mir irgendwie einen Vorteil bringt, der kriegt von mir einen Madpack oder sonst irgendwas. Ich find schon wieder keine Waffe. Ich hab nur ne scheiß Pistole, ey. Ich tausche einen Madpack gegen einen Malon Launcher. Also falls er Interesse hat. Oh ja, geb ich dir sofort. Chris! Warte? Ja, wo bist du? Warte? Chris, ernsthaft? Es ist schon klar, dass der korrupte Bulle danach den Dealer umlegt. Warum macht der nix? Um seine Reputation oben zu halten. Aber das wäre einfach die Verschwendung von Malon Launcher. Ich hab ja nicht gesagt, dass du ihn mit einem Malon Launcher umbringst. Was? Chris war... Alter! Ich hab mich... Oh, immer dieses Vieh! Ich hab mich heute extra gestyled. Das kann gar nicht sein. Das ist so schrecklich. Meine arme Ohren! Das hat mich nur ein wenig... Gib mir mal ne Waffe. Gib mir mal ne Waffe. Gib mir mal ne Waffe. Ganz vergessen. Ich hab keine Waffe. Der ist ja der korrupte Bulle. Ich hätte so gerne ne Waffe. Du musst mir nur einen Malon Launcher geben. Dann kriegst du einen Map-Pick. Das kriegst du jetzt. Ich hab nur einen Malon Launcher. Ich schieß auch für dich gegen die Wand. Warte. Ich schieß auch für dich gegen die Wand. Ich schieß auch für dich gegen die Wand. Ich bin korrupt. Das ist mir egal, ob du Traitor bist oder nicht. Aha. War mal ein Abgang, Junge. Nein, ich bin mit der Handel. Lauf doch nicht weg. Der nervt. Okay. Sponti. Leg Munchkin um. Leg Munchkin um. Danach kommen wir mit der Handel. Ich soll einen Munchkin umbringen. Nein. Was? Wow. Ich warte nicht. Er ist einfach ausköpflich. Mach ihn fertig. Ja, das war noch vorwärts. Klapp, du bist so verständlich. Vira, geh weg von mir. Die nächste Wege. Darf ich die Vira abschließen, weil sie die ganze Zeit schon Traitor ist? Warum? Hat eigentlich einer gemerkt, dass Atta tot ist? Nee. Der war doch am Anfang. Er hatte doch gesagt... Lauf hat ihn identifiziert. Ach so, hab ich ihn ignoriert. Nächstes etwas. Ich will doch nur runter. Darf ich jetzt? Dann kannst du das auch haben. Dann musst du mir nur einen Metal-Lounge schicken. Du schon wieder, Shira. Ich hab doch keinen Metal-Lounge am Anfang. Warum nicht? Ich bin mir so sicher bei dir. Ich bin mir so sicher bei dir. Ey. Wenn du dich umdrehst, schieß ich dir den Kopf. Ah nein. Hier liegen nur der tote Vasi-Frau. Komma, Shira. Er hat sie gefunden. Er hat sie gefunden. Ich kann nicht mit dir handeln. Ich kann dir nichts anbieten. Hier liegt übrigens auch noch ein Chris. Ja, ja. Das ist egal. Ja, ja. Jeder macht nichts. Hallo. Ich war's nicht. Ich hab den Geschrotzen in der Hand getrunken. Ich hab den Geschrotzen in der Hand getrunken. Der zieht auf mich. Weil du dich da versteckt hast, Mensch. Ja, weil ich mich vor dir versteckt hab, weil du Schrotfil da hast. Oh nein. Ich hab nur Schrotfil. Warte, warte. Ich nehm ne Pistel in das. Ist das jetzt besser? Bitteschön. Weil ich runtergeschubst wurde. Ah, jetzt siehst du gar nicht. Dann wechsel ich wieder auf, Schotti. Okay. Ich bin inno. Ich hätt schon längst angefangen rumzufallern. Was ist das denn hier von raum? Manche kennen näher dich nicht. Näher dich nicht. Gesicht zu Wand. Gesicht zu Wand. Gesicht zu Wand auf. Alter, ich hab immer noch nur ne Pistole. Ah! Da oben is me! It's me! Wow! Okay. Dann nehmen wir den jetzt. Ach, hier liegt Chris. Ach, jetzt hab ich das. Danke, Atta. Jetzt meins sagst du doch, Mann, oder? Hä? Warum verdächtest du jetzt mich? Weil dein Name, glaub ich, gehört, gerufen wurde, oder? War das Mauskin Traitor? Ja, du hältst mich und du kriegst den hier. Ich bin mir jetzt grad nicht ganz sicher, weil ich mein, der Name wurde gesagt! Ich kann dir nicht aufnehmen. Dann hast du irgendwas an uns da. Ah! Ich hab auch noch ne Pistole. Sag doch, der Name wurde gesagt! Also bitte! Ja, die ist ille. Yay! Hä, da waren 60 Schuss drin! Ich hab die Waffe vom... Könnte mich jemand mal heilen? Oder so? Willst du proven? Oh ja. Warte, ich hab das Medikit. Ich... Oh ja. Ich wollte den grad abdrücken. Und den heilen. Sagen wir dir. Heilen vor dem Leid dieser Welt. Vertrauen ihr mir jetzt, ihr zwei korrupten Bullen? Naja, das weiß ich nicht so. Also... Du scheinst ja nett zu sein, aber... Das weiß man nicht. Wer von euch ist es? Ich sag dir doch, ich handle diese Runde einen Medpack gegen einen Melonlaunch. Und es so funktioniert. Äh... Was hast du da? Was hast du da? Was hast du da? Ich hätt gern die Silence M16. Was brauchst du? Ich hätt gern die Silence M16, die hier liegt. Buch, Entschuldigung, Entschuldigung. Ach. Die haben 16. It's me, war's doch. Wieso? Ihr habt ihr den? Ja? Ach nee, das ist ein Mal. Das ist gar keine Silence. Okay. Das heißt, Shira ist es. Shira ist es. Shira ist es. Weil er mit dir rumlief. Gar nicht. Hey. Da oben wird geschossen. Warum? Nice. Sehr schön. Und ich hab ihr vertraut. Er hat mich eigentlich hinterrücks erschossen, nachdem ich, äh... Shira. Als du da rumgelaufen bist. Und hat nichts gemacht. Und danach ist er abgehauen, als er mich gesehen hat. Shira, das war nicht nett, weißt du? Ich lebe noch! Yay! Siehst du, die Starkerin killt mich! Ich glaub's nicht! Ja. Wenigstens eine Runde zugehört, wo ich einen Namen gerufen hab. Naja, nur so halb, aber... Wenigstens... Wenigstens... Es war eine Weile dazwischen, weißt du? Das ist wieder... Ey, ich konnte halt einfach mal in der Zeit gar nichts machen, wo die ganze Flank hinter mir her gelaufen ist. Nee, Flank. Dich meinte ich nicht. Ich hab mir Shira gewünschen. Warum hast du nicht gehandelt? Hä? Warum hast du nicht gehandelt? Warum hätt ich handeln sollen, damit du... Wer hat denn mit dir gehandelt? Nur mal so nebenbei. Nein, ich war korrupt. Ach, scheiße. Die tote Leiche hat mit ihm gehandelt wahrscheinlich. Ich hab mit ihm gehandelt. Warte mal. Ach! Das ohne Waffe, hey! Wieso hast du mit ihm gehandelt? Weil da ein Traitor erschossen wurde und er hat einen Mail Launcher getroppt. Und der hat schon einen Traitor erschossen. Boah, vielleicht... Ah, der Waffe geht doch. Solltest du mal die Silence wegschmeißen, will ich? Ich hab keine Silence hier. Oh, die Silence, die Silence! Unergefallen. Wie kommt ihr aus? Ja, ich war nicht silenced! Achter, ja, äh... Was mach ich mit so ner Bombe eigentlich? Achter, eh. Wieso sorgt ihr mir noch hinterher? Bleib beim Stevie. Stevie darf ich bei dir bleiben. Achter! Wenn du mich nicht killst... Mach ich nicht. Mach gleich so. Ich hoffe es! Versprochen. Sonst, äh... Trau ich dir nicht mehr. Ich kann ja auch mal für dich an die Wand schießen. Ey, Entschuldigung, wie komm ich hier raus? Ich seh hier nix. Es ist ein Traitor-Tester hier, oder was? Was zum Hacker? Hey, hör auf mir nachzulaufen! Hab ich das grad kurz richtig gesehen? Was? Oh, wir hat einen Atapum getötet. Ah, danke schön. Ey, cool, wie funktioniert das? Ich denke mal auf eine der Punkte da drücken oder so. Aber ich kann hier nicht... Robi! Robi! Glaubt es ein Traitor-Raum, oder? Okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich kann auf die Punkte nicht drücken. Hm. Ich auch nicht. Genau, hier? Kann mir jemand heilen? Ja, endlich meine Waffe. Wenn's danach geht, müsste es der Asplex sein, deswegen. Aber hm. Ich hab Autos gefunden! Oh nein! Ich weiß halt auch nicht, ob das ein Traitor-Raum ist. Ich weiß es ja auch nicht. Ich blick ja nicht mehr durch. Der Tiefkarate bin ich. Ich hab die Wunder gefunden. Äh... Wir schiefen. Wir schiefen. Wir schiefen. Wir schiefen. Hier ist noch Sheera. Ich hab Trader gekillt. Hier ist jemand tot. Glaub ihm nicht! Pff! Blei! Ich hab Obel gekillt, aber ach... Warte, warte! Wo ist Flykill? Ja, ich bin's aber nicht. Ja klar, du hast mich gerade auf die Hälfte runter geschossen, aber du weißt es nicht. Nein, bin ich auch nicht. Hey, du bist gleich sowas von tot. Ja! 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 Na manchkin! Ja, runter hier! Oh ne! Jetzt hab ich die Waffe weggeschmissen! Ich bin so gut! Defective! Hallo! Hallo! Nex! Was los? Ja, klar. Aber ich hätte dich vorhin schon dreimal umlegen können. Ja, ich dich auch. Ja, siehste. Divi, wollen wir echt hier drin stehen bleiben, so als Ziehscheibe? Weiß ich nicht! Wieder nach oben. Ach, hier! Ist denn eigentlich schon irgendwer down oder so? Hey, Felix hat mich geschlagen. Flyke, Flyke, Flyke! Ah, von hier komm ich doch. Felix hat mich geschlagen. Flyke, ernsthaft? Nein, nicht Flyke! Felix hat mich geschlagen. Wo bist du? Stevie! Oh Gott! Stevie! Was? Wo bist du? Ich bin doch hier im riesen, 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 riesen Raum. Im Eingangsbereich? Ah ja, okay. Ja, natürlich! Wo soll ich denn sonst bitte sein? Chris? Chris ist hier vor mir gestorben. Ja. Ich bin doch vorhin auf den Kopf von Splex gelandet! Er war also ernsthaft Traitor? Hahaha! Ne, ich bin, ich bin die Leiter nicht ganz runter und bin auf ihn drauf gefallen erstmal. Er hat nur noch Schaden. Komm und ist weitergehend. Da Chris Gold nicht mehr redet und er zehnmal Flyke gerufen hat, würde ich behaupten, der Flyke ist es. Nein, ich bin hier oben. Müssen wir nur noch Flyke suchen, wo der denn stecken tut. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Also ich glaube, Manchkin hat Chris erschossen. Geh in die andere Richtung und dann ist alles gut. Bleddick, warum stehst du da? Was macht der da? Bleddick, warum stehst du da? Alles gut. Ja, der hat einen DC. Deswegen, okay. Wie verfahren wir jetzt mit DC Leuten? Dürfen wir die einfach abknallen? Der ist eh disconnected, also... Er ist der Traitor. Haul rum. Haul rum, er ist Traitor. Oh, ne AK, ja. Auch noch, er war's wirklich. Bleib wahr. Hey, äh, wer ist denn da gerade im Gegenloch gekommen? In diesem Luftschacht? Ich hab... Das war eine Kurzschlussreaktion. Ich. Du, du... Du kommst da an, das war so ein... Ja, weil du Frisum gebraucht hast. Ja, das war eine Kurzschlussreaktion. Ich hab's so richtig gemacht. Fleddick mit dem Time-Out war wirklich zu Ende. Reste. Wie jeder ein Flyg-verdächtig. Ja, ey. Er hat mich auf die Hälfte runtergeballert. Ja, Alter, das wurde doch... Aber dein Name wurde gerufen, also Mitte. Ähm. Ich hab mich erwischt. Ich glaub ich nicht mehr bewegen. Meine Maus hat gesponnen. Jaaaah. Ich hab mich nicht mehr drehen, nicht mehr nichts mehr machen. So ein Mist, ey. Wolltest du denn nicht seit Ewigkeiten eine neue Maus kaufen eigentlich? Ja. Hab ich doch auch. Aber die... Aber die spackt genauso rum. Ich glaub, das liegt nicht mehr an der Mauszone am Rechner. Da liegt sie gut, würde ich ja mal so sagen. Hast du grad auf mich geschossen? Was? Ich hätte gerne mal eine andere Waffe als nur diese hier. Dann kauf mir doch eine. Natürlich. Ich bin Traitor, sagst du. Ah, ja. Lapo. Ah, hier ist das. Lapo. Mike, bist du Inno? Ja, ja. Und wenigstens die Waffe ist auch okay. Und wieso soll ich dir das glauben? Weiß ich nicht. War hier nicht grad... Ich glaub dir mal hinterher. Und wenn du... Wenn ich in zwei Minuten immer noch am labern bin, dann bist du... Inno. Ja, ja. Blaric ist vielleicht... EFG. Äh, nein. Ich hätte gerne eine Waffe. Ja, das versteht der Ding das wieder. Hier, du kriegst meine Main-Waffe. Ja, er hat... Ach, da ist er da. Was? Du kannst meine Main-Waffe haben. Bibi. Ja, die... Hallo. Danke. Hallo, Ruby. Hi. Hi, Ruby. Ob der Fleddick schon wieder Trailer ist? Bist du... Ich bin nicht da. Ich weiß, ich hab dich grad umgebracht übrigens. Random, ja. Äh, hier ist ne Mech. Flyke. Aber das war wieder so... Was ist das? Oh Gott, mein Gott. Ich schreck mich da nicht so. Was zum Teufel ist das? Ruby, geht rein jetzt bitte. Ich hab keine Angst. Mach mir ein bisschen Angst an dir. Oh, Munchkin! Mellen! Okay. Notausdrücken. Ich bin Detektiv. Ich bin Detektiv. Nein, ich bin nicht Detektiv. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Munchkin hat grad ne Mellen auf uns geschossen. Der ist definitiv K.O.S. Okay, wo ist er? Der ist aber hier nicht durchgekommen. Der ist K.O.S. Der Meiner hat das raus. Oh nein! Bleib stehen! Meiner hat das raus? Nö. Oh no. Was zum? Ich trau mich nicht zu bewegen solange das Ding jetzt da ist, sonst bin ich bestimmt tot. Auch wenn ich nicht konnte, ich sollte da... Was? Äh, hier liegt ne Leiche. Das ist der Munchkin! Was machst du für komische Geräusche? Okay. Du gibst echt komische Geräusche von den Hinschern! Ach, Manu! Jahrelange Übungen haben sie dazu veranlasst. Meinst du? Munchkin! Darf ich Munchkin umbringen? Warum möchtest du das unbedingt machen? Ist der Name nicht irgendwie gefallen? Ich weiß es nicht, ob der gefallen ist. Ja, ich hab ja keine Lone geschrieben. Was gut gemacht. Also, darf ich? Darf ich? Ja. Das ist so laut. Wieso hauen Leute mitten in der Runde ab? Das ist echt nicht okay. Oh mein Gott. Das ist nicht fair, mein Stimm. Ab, das war... Wieso hast du denn Inno getötet? Äh, Atta war Inno. Ich hab dir nur ne fucking Mackzett. Boah, wie der gerade wieder leckt. Wo bist du denn hin, nachdem du auf uns geschossen hast? Ich hab dich voll verloren. Ich bin nur um Zweck. Ich bin zweimal um die Ecke. Mehr nicht. Ja, ich bin gerade ausgelaufen. Ja, und ihr seid schon in die Hauchthalle reingelaufen. Hier waren halt überall Leichen. Hey, ihr hattet Glück. Da lag sogar noch ne Buddyboom von mir. Hör auf alles mitzunehmen, Sponti. Lass mich! Lass mich! Ich will auch um die Niohn! Äh... Warst du auch der mit der Friendship? Ja. Ah doch, ja doch. Sooo... Stevie, GZ. Dafür, ich hab nur... Du bist ein Suchti und hast einen Tag Gary's Mod gezockt. Wow. Am Stück. Wow. Mach das mal! Mach das mal nach! Ja. Hau ab! Ich brauch ne Waffe. Och man, da werd ich eine Runde noch nicht mal Traitor. Du wärst... Wärst du gerne mal wieder Traitor? Du brauchst du mir keinen Angst haben Spont. Ja, ich wär auch gerne mal Traitor. Ich wär auch gerne mal Traitor. Ich wär auch gerne mal Traitor. Ich wär festgestellt, wenn's mehr Leute sind, werde ich heute wieder Traitor. Aber irgendwie... Lass mich doch runter! Lass mich doch hoch! Nein. Na toll. Und ich maul mich wieder. Ohhhh. Na Fleik? Na? Was ist wie raus? Nein, hier geht's nicht durch. Ich trau die Leiche hier nicht. Ich trau die Leiche hier nicht. Atta, untersuch sie mal. Du traust die Leiche nicht. Hey, Atta hat sich glaub ich ihn gekillt. Oder? Was machst du denn? Atta? Eine Schlawine. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn hier? Du traust die Leiche nicht. Da vorne ist er. Hier links. Achso. Geht weg. Divi, innocent. Okay, da kann ich... Oh shit. Was ist denn da? Soll ich dir sagen, warum Atta da so sicher hingegangen ist? Weil er Traitor war und genau wusste, wer das ist. Chris... Oh. Ich würd Atta nicht trauen. Nur so nehm... Nur so nebenbei. Fleik? Atta? Atta? Viere ist es. Warum? Weil ich dich gesehen habe, wie du Fleik gekillt hast. Fleik ist von Firm Dead. Du hast mich gesehen? Ich hab dich gesehen. Oh nein. Oh mein Gott. Aber ich war eigentlich das doch gar nicht. Du warst es. Außer ich bin analfabetisch veranlagt. Ich weiß es nicht. Hm. Aber Atta ist auch veranlagt. Ah! Was ist so ein Geier? Ah, ich will wieder nach oben. Hallo. Uhu. Ah, hier. Ah! 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 Beherrsch dich! Das war meine schönste Jalla seit Tagen. Wie ist das? Kein gut. So ist Plexi. Los geht's. Was? Wie du... Wie du... Wie du einen Schockgangschuss direkt ins Gesicht kriegst und immer noch lebst. Ich hab schon Teghausen mal gesagt, ich kaufe immer die Armor. Es ist egal. Es ist eigentlich das Medikit. Ist ein Headshot. Ja. Da ist kein Armor. Natürlich ist da Armor. Für das Spiel ist da auch Armor. Für das Spiel ist da auch Armor. Das ist kompletter Quatsch. Ja. Jetzt hast du nichts machen. Jetzt? Nein, jetzt! Das passt. Okay. Das war die Runde TTT. Ich hoffe, dir gefallen. Check doch mal alle Kanäle ab. Alle unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Das wäre von TTT. Und bis dahin. Hat noch viel Spaß. Und haut raus. Ciao. Ciao, ciao.